Was bisher geschah bei 3-was-3 Bacchus hat eine Geisel genommen Baby Jetzt darfst du wirklich kreischen Wie oft musst du noch Cowboy spielen? Ich hole den Wagen von Tico und bring ihn zu South Beach Ihr braucht einen Fahrer und ich brauch einen Tim Da sagst du, wirst du dir wünschen, du wärst an seiner Stelle Du arbeitest jetzt für uns Als nächstes knüppst du dir den Gator vor Die verschiffen bald 20, 30 Wagen nach Europa Und wer hat sie bestellt? Wir müssen warten, um's rauszufinden In dem Umschlag, den der Gator der Polizei zuspielte Steckten genügend Informationen, um South Beach auffliegen zu lassen Wäre ich hier, um dich zu töten, wärst du tot Die Gator Die Gator Du weißt, wer dran ist Ich weiß, wer dran ist Dein Fahrer will den Wagen abholen Alles klar? Okay, vergiss die Wagen Was sagst du? Vergiss die Wagen? Ich brauch die nicht mehr, Gator Du bist tot War deutlich Vergeltung Was hat der Tennerlein eben gemacht? Schalt den Begleitwagen aus Ich muss selber schießen Oh Muss Fahre näher an den Begleitwagen laden Ich schreit ihn aus Ach, du Kacke Lass den Begleitwagen stehen Wenn der Typ zu Autofahren Lass den Begleitwagen steh'n, wenn der Typ zu Autofahren Ja, bin ich gut durchgekommen Bin ich gut durchgekommen Keine Ahnung Achso, ich muss sie nur In irgendeine Weise in der Erfahren Okay Er schieß ihn Knall ihn ab Er will mich umbringen Ja, klar Stell ihn mal Park mal davor Ist eine gute Idee Hm? Ey, Lunge Ey, du bist echt tot, Alter Ey, sag ich nicht, muss ich auf dich aufpassen Keine Zahlung, keine Lust Sehr schön Bisschen Gesundheit Kann nie schaden Ja Der ist auch weg Okay, auf Lume Jetzt muss ich Auf Lume Jetzt muss ich Den mal aufpassen Der ist sehr schul Sehr, sehr gut Nimm der Was? Was? Du wirst dich verarschen Ich hab mich doch eben noch gesehen Lol Okay, what the fuck Die sind da kaputt Ey Na gut, okay Die Szene ist ja nicht besonders schwer Ja Na, Gary Gator? Warte mal, kann man irgendwie während des Fahren schießen? Also, man kann, achso, da muss ich, wieso muss er ein bisschen rausgehen, wenn man, äh, den Steuern gucken will, also manchmal ist das Spiel sehr gut, also muss man echt rausgehen doch, oder? Ja. Oh, ne, da nehmen wir noch ein Boot, oh ne, ah. Wo denn? Hey. Da ist ein Boot wieder zufrieden. Oh, nein, mach das Spiel denn, oh nein, ich muss die Leider nehmen, wie der ich jetzt drauf gehe. Oh, im Boot ist es ja ein bisschen buggy. Oh, da hab ich gut erwischt. Hab mich auch noch gut erwischt. Da hab ich den Schufländer gehabt, oder? Kannst du sagen? Oh, da hab ich den Schufländer gehabt. 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 Ernsthaft. Oh, ey, Alter, ich muss jetzt echt aufpassen. Was? 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 Ja, nie ist. Ja, nie ist da, ne? Na gut. Ja, jetzt kommt, stirbt. Sehr schön. So, so schnell. Ja, nice. Glück gehabt. Der hätten wir den Scheiß normal machen müssen. Okay, die Bestellung ist da. Die Autos werden nach Nizza verschifft. Mach dich auf den Weg dorthin. Sehr. So, klar. Musik Untertitelung. BR 2018 Beautiful creation, I adore this sensation that I've ever felt before. Henri Vauban, Chef der Abteilung für internationale Verbrechensbekämpfung. Verlor zwei Finger, als er noch Undercover-Agent war. Niemand weiß wie. Didier Dubois, Vaubans Protégé, hat im Durchschnitt drei Tote pro Fall. Tendenz steigend. Und this is my destiny. Vauban und Dubois wollen die Autos abfangen. Und zwar direkt am Schiff. Tanner sieht das anders. Er will unbedingt wissen, für wen die Autos bestimmt sind. Darüber lässt er nicht mit sich diskutieren. Da ist er stur. Wir scheinen öfters hier unter etwas stur zu sein. Willkommen in Nizza. Oh. Willkommen. Ah, schönes Häuschen. Du bist also angekommen. Wie gefällt dir Nizza? Schon auf der Promenade gewesen? Triff mich in der Altstadt. Wir haben Geschäftliches zu besprechen. Fahrt zu Kalita. Okay. Ah, schön, schön. Ja. Oh, mhm. Oh, Einrichtung geht so. Aber, oh, mhm. Oh, mhm. Miesen Ausblick. Ja, gut. Ah. Okay, Nizza. Ich bin sehr gespannt, wie Nizza aussieht. Ich weiß es gar nicht. Soweit habe ich nie gespielt. Kannst du Miami. Frühstücken tun wir ja nicht, weil... Warum sollten wir frühstücken? Ah, willkommen in Nizza. Sehr schön. Sehr schön. Oh, Gott. Die Straßen sind ja... Oh, mein Gott. Und die Straßen eng. Wie eng sind die Straßen bitte? Hilfe. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich gehe in der Verfolgungsjagd. Oh, Gott. Hilfe. Das will ich nicht. Plan B. Die Leute hier wollen mir ans Leder. Es sind zu viele. Hol mich raus. Schnell. Ah, no. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. So, ich wollte sie immer freischießen. Hi. Bad Hand wird uns hier ausholen. Wir müssen zu seinem Lieferwagen. Okay. Oh, nur mit Tiri. Ist doch lieber. Ich wollte hier... Nein, wir sind geschossen. Verdum. Nehmen wir die Karre. Kalita. Nein, warum auch? Warum auch ein Auto nehmen, wenn man ballern kann. Das sage ich mir auch mal jeden Tag. Ah, wow. Der ist aber schön hier in Nizza. Der ist aber richtig schön. Ich dachte, ich fang gerade so romantisch an. Wir... Wir sind... Wir machen das an wie Rambo. Eine... Pass auf, pass auf! Es sind zu viele. Ich habe gerade einen Tanz. Nachladender Tod, Kumpel. Wir sind in einem falschen Moment. Ja. Es geht auch ganz toll, dass du mit so wenig Energie immer vorrennst. Das finde ich großartig. Es geht hier, Kalita zum... Bad Hand Diva-Wagen. Ja, danke. Das ist er doch schon. Ja. Geh hinten rein. Halt uns die Bullen und alle anderen vom Leib. Nimm dir Munition. Ja. Die werde ich dann aber auch brauchen, ne? Schalt die Verfolge aus. Oh mein... Oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Yep. Um... 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 er scheu ja vorher aus ist gut wenn man mit dem wir die ganze tue die wir fertig schlecht aber schneller es geht noch ein tolles ding Wie fährst denn du? Oh mein Gott, wie fährt denn der? Der fährt in der Scheiße zusammen. Wo fährt denn der hin? Okay, er scheint eine andere Route zu haben. Verwinden wir mal. Ja, aber schaffen wir... Sind wir noch geschafft? Ja, euer Gott. Das war aber sauknapp. Oh Gott, das war auch eine Steuerung. Sorry, da musste ich mich voll konzentrieren. Das war aber auch eine Steuerung. Konnte auch vergessen. Also, bei aller Liebe, das ist auch eine Steuerung. Nein, nein, nein. Alter. Also, es geht jetzt mal eine Steuerung hier. Aber das Rail-Shooter-Passage war jetzt nicht so geil. Hoffentlich war es das letzte. Na gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es vielmals Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wenn es euch gefallen, könnt ihr gerne ein Abo, Like oder Kommentar lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Pirates. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Ciao.